Alles fertig? Ja, Hans. Wiedersehen. Hans! Was? Meine NSU, die fährt ganz sicher. Die hat eine prima Straßenlage. Die Gabelfederung ist tadellos ausgeglichen. Die fängt jeden Stoß auf. Das gibt der Maschine unbedingt sichere Straßenlage. Und bequem sitzt man, was? Das ist ein Vergnügen. Und sogar ein billiges Vergnügen. Die Maschine verbraucht ja so wenig. Für eine Mark kannst du 100 Kilometer fahren. Schon da? Du, das war einfach herrlich. Ja? Wirklich schön. Kauf dir unbedingt eine NSU. Bitte, meine Herrschaften, unsere neuesten Modelle sind alle schon vorrätig. Hier zum Beispiel die NSU Pony. Eine der beliebtesten und meistgefahrenen Maschinen. Hier unser neues führerscheinfreies Zweitaktblockmodell. Und das sind unsere drei oben gesteuerten, vier Takt-Touren-Sportmaschinen. Äußer strapazierfähig ist auch dieses kräftige Blockmodell, das ebenso wie unsere oben gesteuerten Maschinen sich besonders für Beiwagenbetrieb eignet. Also, Sie sehen, wir haben Motorräder für jeden Zweck und für jeden Geldbeutel. Und das ist die richtige Maschine für uns. Nicht nur diese beiden waren NSU, auch die Familie. Der Handwerker, der Monteur, der Reisende, der Landwirt, der Geschäftsmann, die Post sowie Polizei und Reichswehr. Alle fahren NSU. Fahr auch du NSU.